Hallihallo und herzlich Willkommen zu meiner heutigen Let's Play Folge von Let's Play Minecraft auf der PS4. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wie immer wird es natürlich von cooler Musik unterlegt und diesmal wieder von Minecraft Parodies und ja die Playstation abspeichert weil die ist nicht übel ich weiß einfach mal ab und ja ich habe hier natürlich schon sehr viel Steine gesammelt wie ihr seht alles für die beugen das schloss zu sagen und ja damit werde ich natürlich das schloss weiter bauen den zuschauer wunsch das machen und ich habe einfach mal wie viel wir heute schaffen werden wie gesagt die erste etage möchte ich auf jeden fall so ein bisschen ja 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 fuck also die scheiße guck dir der ehrlich jetzt gib er komm her sag du mal hoch hey 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 oh ich muss weg alter was soll der Scheiß oh ne jetzt habe ich hier auch noch eine Kiste gepackt oh Gott bin ich wieder mal doof perfekter Start in der Minecraft Folge hey und du ne du nervst komm her ich gebe sie dir mit der Hacke ja auch komm her du willst doch hä aus dem Maul komm und du mach bumm na was willst ich mal hoch gehen du es doch ich geht nicht hoch ähhh ä över what the fuck es kommt nach oben über und unter der facke da na ja ich hab ja damit so aber so zu hier So, bäb, bäb. Auch noch hier zu. Da beruhigt sich das auch wieder alles, das Wasser. So. So, na, das ist alles bisschen, äh, wie das Natur aussieht. Ich muss auch auf jeden Fall Fackeln setzen, ey, ganz ehrlich. Sehr gewagt, was ich jetzt mache. Komm her, komm her, komm her. Na, los. Mehr Fackeln, mehr Fackeln, mehr Fackeln. Alles... zu... ...dunkl anscheinend. Ich weiß, dass wir alles so ein bisschen unprofessionell hier. Hauptsache, es ist hier einfach hell. Geht noch eine hin? Gut. Hab ich noch was zu fressen? Nein. Ah. Nehme ich das halt. Der vergiftet mich zwar, aber... ich hab wenigstens einfach mal wieder ein bisschen Nahrung. So. Mach mal so hier. Und hoffe mal, dass es sich hier einfach spawnen kann. In der Dunkelheit. Die Farbe dürfte erstmal, denke ich mal, ein bisschen ausreichen, dass er nix spawnt. Ich hoffe es dann mal zumindest. Sonst ist hier wirklich die Kack an Dampfen. So. Dann hast du aber das dachte ich fertig, dann wird es halt der Dunkel drin. Ups. Da war falsch gesetzt. Na komm, jetzt geht's. Äh. Ernst jetzt. Jetzt habe ich auch keine Hacke mehr mit. Was habe ich überhaupt noch mit? Habe ich alles weggelegt, hm? Ach, bin ich ein Noob, ey. Oh, komm. Und durch geht's. Ups. 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 Oh, ne, immer in der Aufnahme oder im Stream muss ich nicht niesen. Das ist jetzt echt schon zur Grundheit geworden bei mir. Ups. Ihr kennt es ja, Ups. Ihr kennt es. Ich habe das Gefühl, dass Musik ein bisschen zu leise ist. Ich sehe man ein bisschen lauter. so ist auf das geht theoretisch doch mal so dass es dass ich wenigstens hier das leben wieder hochbekommen dass ich mein leben wieder regenerieren etwas und das ist ja schon mal sehr gut dass es das macht noch mal was füttern jetzt aber nicht reicht aber egal noch mal der laufbrauch hier upsala das ist ja schon eine wand es ist wirklich noch zu tun teilweise deswegen sehr gut dass jetzt nacht ist hier noch eine hier noch eine da da und da muss einfach hätte hier so dürfte geht schaffst du mindest wie gesagt das haben wir ja das großes problem was monster angeht der hütte ha die monster spornradie ist echt extrem geworden kann das sein fiktig 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 ich schiebze in den arsch manche beeindruckt von meinen beleidigung wie es aussieht hihihi 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 damen so das ist ja in der hand hier ich gehe auf sicher und spiel von jahr hat sich da muss das meiste was du ein paar liefern ist die menschen schreckens komischerweise so ich glaube die leute stehen vor auf die herr ist es die die liter parodieren zu sagen nicht kaffern sondern parodieren gibt unterschiede zwischen kv und parodie das sollte man mich auch bedenken und nicht verwechseln die nur zwischen kaffer und parodie die baut dies das sind meistens die musikstücke aus irgendwelchen main crash parodien videos oder generell aus parodie videos daher sollte man das nicht mit kaffern wechseln was auch mal schnell passiert da muss einfach als kaffer verwechselt was es nicht ist das sind nur kleine dezenten unterschiede aber wenn man sich besonders kennt merkt man die die unterschiede die esel schön diese familie ich sehe hier ja hier ist alles sehr gut was mache ich denn jetzt schon wieder von der scheiße bin ich nur so doof oder was ist heute los bin ich heute wieder so unkonzentriert wie gestern am freitag oder was geht hier falsch bei mir mein gott ich kann echt nix naja irgendwie werde ich schon die bolke fertig bekommen mit blut und schweiß und tränen eventuell sooo naja komm dann gehen wir mal sooo auf jeden fall bin ich heute diese müde wie gestern das ist ein einziger unterschied dass meine müdekeit heute nicht so hoch ist wie gestern die ist mal heute in ordnung sooo da war fast mein nach dem nächsten lied werde ich einfach mal die folge beenden was wir dann geht das nächste lied ok ist eine gute zeit noch das passt das geht genau in meine video zeit die passt dann passt das alles super super nochmal schauen werde ich jetzt kommen wird ob es auch für das ganze für die ganze decke reicht oder nicht reicht und die fenster werde ich mit den eisengittern machen denke ich da werde ich die eisengitter verwenden es heißt es auch noch viel 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 eisen sammeln für die eisengitter dass ich die dafür nutzen kann weil da geht auch einiges dann drauf an eisen popeisen was das angeht aber das mache ich dann erst später der folge jetzt natürlich nicht mehr auch doch mal ab genau genau idioten scheiß lamas also keine mucke dabei teilweise war hat richtig booms 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 power hehehe ja auch haut doch mal ab das lacht euch ab wie heute geht es viel überlegt euch booms hey warte ist immer noch so dunkel hier drinnen weil ich mich verarschen du wirst eh verarschen ich dunkel ist doch gar nicht eine gute das habe ich eigentlich alles ja ach ach hier waren die ganzen werkzeuge genau jetzt muss ich ja im prinzip noch einmal ringsherum hier für die wand dann hätte ich schon mal die erste etage hochbau fertig dann muss ich nur noch den boden ausheben und den boden bauen aber davor muss ich eins machen davor muss ich dann erst noch unten drunter den hohlraum ausbauen sonst fliege ich da abwärts aber richtig abwärts darauf habe ich auch keine lust mich aus maus zu legen während ich das ausschachte auf jeden fall brauche ich dann auf jeden fall viele schaufeln aber ich habe ja noch ein paar auf vorrat wie ihr seht wenn ihr gesehen habt daher dürfte das kein problem sein aber nicht ganz reichend nicht ganz zumindest ist das erst nächstes mal und an der stelle werde ich nämlich erstmal die folge beenden denn die zeit ist schon wieder um leider ich hoffe aber dass euch die folge spaß gemacht hat und ihr beim nächsten mal auch wieder dabei seid wenn es heißt let's play minecraft auf der ps4 von und mit eurem darsteffen zockt bis zum donnerstag zur nächsten folge wünsche ich euch natürlich eine schöne zeit lasst euch nicht ärgern bleibt mir drückgewogen lasst mir gerne ein like und abo da wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann wie gesagt am donnerstag zur nächsten folge wieder bis dahin eine schöne zeit euer darst steffen zockt möge die macht und das minecraft blut mit euch sein ciao und ciao und ciao